Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP Laptop und zwar ein 250 G8 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier ziemlich schlecht zu lesen und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier außen öffnen und auch unter den Gummischienen sind eben Schrauben versteckt. Das heißt, die muss man erst abziehen. Kann man einfach drunter greifen. Sollte das mal mit dem Finger nicht so gut gehen, kann man einfach eine kleine Hilfe nehmen, da ein bisschen drunter hebeln und das dann versuchen vorsichtig zu lösen. Da muss man nur aufpassen, dass man das samt dem Klebeband erwischt und nicht die Gummischiene vom Klebeband trennt. Und ja, dann nimmt man die beiden Gummischienen einfach ab. Man kann sie auch temporär ganz leicht hier auf das Gehäuse drauf kleben und dann die Schrauben lösen. Die Schrauben unter den Gummischienen sind ein bisschen länger als die beiden vorderen. Die sollte man also getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und herrutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal. Das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen. Einfach abziehen. Und ja, ich bin jetzt hier super vorsichtig. Aber nicht, weil man was kaputt machen kann. Einfach nur, weil ich das Metallgehäuse auf keinen Fall verkratzen will. Das heißt, ich versuche auch möglichst gerade in die Öffnung rein zu kommen und dann lediglich mit ein bisschen hoch und runter wippen, das dann zu öffnen. Und deswegen dauert das auch hier ein bisschen länger. Und das ist jetzt im Grunde genommen das Gleiche, was ich auch davor gemacht habe. Wie gesagt, alles sehr langsam und sehr vorsichtig. Und dann hat man das irgendwann ohne Kratzer abgetrennt. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard. Dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und der ist in dem Fall direkt auf dem Mainboard mit verbunden. Das heißt, wir nehmen den Akku komplett raus. Dazu lösen wir diese Schrauben hier. Und dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man einfach aus dem Gerät nehmen dann. Und eben auch gegebenenfalls ersetzen. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde dann über einen Adapter hier mit dem Mainboard verbunden werden. Wobei man das Adapterkabel oder Set extra dazu kaufen muss. Hier sehen wir den RAM. Da ist die SSD. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU gekühlt. Und hier noch das WLAN-Modul. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt der einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Gut, den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür muss man nur diese eine Schraube hier oben lösen. Und natürlich muss man auch das Lüfterkabel selber trennen. Das verläuft hier. Und ja, um da einfach ein bisschen mehr Platz zu haben, machen wir hier dieses Breitbandkabel weg. Und dafür muss man diesen Stecker hier aufklappen. Das ist nämlich ein Kippstecker. Den klappt man nach oben. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Und nachdem man dann die Schraube gelöst hat, kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen. Ein bisschen vorsichtig, weil das Lüfterkabel ja jetzt noch dran ist. Und ja, das Lüfterkabel, die Kabel sind da sehr dünn, nicht direkt dran ziehen. Ich greife den seitlich und ziehe den dann einfach nach hinten hin weg. Und dann kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen und eben gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Und hier sieht man auch sehr schön die kleine Ausbuchtung, die genau hier drauf passt. Und dadurch ist eben auch der Wiedereinbau super einfach, weil man so den Lüfter auf jeden Fall immer passgenau wieder in das Gerät zurückbekommt. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge ganz genauso. Ich mache hier auch erst das Lüfterkabel wieder in den Stecker. Einfach weil man da ein bisschen mehr Platz hat, um den da wirklich fest rein zu drücken. Und danach, wie eben schon gezeigt, kann man den Lüfter einfach wieder genau in die Öffnung und auf das Gewinde legen. Und ja, dann muss man den nur noch verschrauben. Dann verbinden wir noch das Kabel. Da einfach drauf achten, dass man das wirklich bis zu dieser Linie in den Stecker zurückschiebt. Dann klappt man den wieder zu und hat das erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Schiebt den ein bisschen rein und dann kann man den wieder auf die Verbindung, auf den Stecker drauf drücken. Dann natürlich noch verschrauben und so einfach ist das. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zu drücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das Gerät wieder zuschrauben und natürlich auch die Gummischienen wieder draufkleben. Und sollte es mal der Fall sein, dass die wirklich gar nicht mehr kleben, kann man die mit neuem doppelseitigen Klebeband befestigen. Alternativ dazu kann man auch einfach ein Set Gummifüße kaufen und die dann an den Stellen über und unter den Gummischienen direkt an der Unterseite festkleben. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. waysllust go 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 Bis zum nächsten Mal.